Guck mal her, noch ein bisschen nach links. Ah ja, so. Na, du, es geht nur das Gesicht mal nach rechts. Drehen? Rechts? Ja, nach rechts. Na, weiter, weiter, weiter. Ja, so. Xbox Social Club. Idee noch heute. Xbox Social Menü öffnen, Xbox Club suchen und wenn er let's playen geht. Vorteile sind, diese Konstruierung und kannst ohne YouTube-Beatles mit mir zusammenspielen. Hallo, ich bin Wayne and Let's Play und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Treasure Wars zusammen mit Tanzbitte 1000. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, es hat sich vieles auf diesem Kanal geändert. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Schüri, ein Menül. Es hat sich vieles auf meinem Kanal geändert, ich habe ein neues Intro und das werdet ihr erst am Ende sehen, auch ein neues Auto, denn ich habe es gemacht. Ich wollte mehr mit der Community interagieren und habe jetzt ein Xbox Social Club gegründet, bei dem ihr kostenlos, also da könnt ihr kostenlos rein, ich kann es leider nicht in einem Video beschreiben, aber ich habe euch eine Anleitung im Intro verpackt, dann sollte das eh eigentlich passen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das hat sich geändert und dann habe ich jetzt noch einen super Minecraft-Skin hinten, mit dem YouTube-Skin. Er ist noch in der Beta, könnte man sagen. Ich habe zwar schon die Version 2, denn man sieht hier noch an den Armen, dass es hier blaue Leibald vom Steve und die Haare sind auch noch nicht so, wie ich sie möchte, deshalb, ja, es wird aber noch. Ich war ja auch alleine. Ich habe jetzt Rüstung. Also ich habe sehr viel gearbeitet an meinem Kanal und ich hoffe, dass es auch, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Ich habe gesehen, dass das letzte Video von Thrasher, was eigentlich sehr gut angekommen ist, besser ist wie die Stroblings-Adon, diese Mod-Vorstellung. Ich weiß, das war zu lang. Ich glaube, deshalb hat es fast keine Aufrufe oder gar keine, aber ich konnte es nicht kürzen. ich wollte euch das im Detail zeigen und dann geht das nicht besser. Ja, also das ist so gut in den Mund. Das freut mich. Lull, der eine hat schon hier. Er hat so gehackt. Junge Hacker. Der kann, warte, wir können nachrechnen. Der hat vier Minuten Zeit gehabt, der muss ja auch noch hinbauen. Ich meine, dass er fünf Gold hat, braucht er zehn Sekunden. Da hat er nur noch mehr vier Minuten Zeit. Ja, was? Ja, ja. Dieser Full-Dier-Typ da mal wieder. Welches Team ist da da? Grau. Grau? Ja. Ich sehe schon wieder, damit ich gleich mich mal. Wir sollten die anderen Teams gleich auslässt. Achso, der hatte eh keinen Schatz mehr. Nein, dann ist das Team mehr zu verholen. Komm, 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 komm. Ich bin nur Team Volpi. Nein, ich bin nur Team Volpi. Nein, ich bin nur Team Volpi. Nein, dass die Leute so helfen können. Nein, das waren also Team Volpi. Das ist so. Das ist das, was wir ganz schön haben. Ich auch. Er geht grad zu gelb. Jetzt legt ihr noch was in der Kiste. So. Wir könnten grün auslöschen. Wir können uns ein paar Blöcke holen und dann geht das. Bei dem wird der Schatz gleich da sein. Zu dem ist der Graue gegangen. Ja, ich bin eh hinter dir. Ja, der andere ist auch tot. Nein, 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 nein. Ich bin auch tot. Ich mach mir jetzt ein Buch und schieb den dann runter. Du musst ihn herlocken. Ja, ja, ja. Oh, shit! Also was wir uns jetzt von dieser Folge mitnehmen können, ist, dass Raine Let's Play cool ist und dass Sans bei 2000 nichts singen kann. So und ich. Komm, komm! Ja, ich bin da. Wir bringen ihn zu unserer Base. Ich hau ihn runter. Wo ist er? Ich bin groß! Wo ist der? Geil, da liegen fünf Markte auf dem. Acht? Was? Wir haben... Ich hab jetzt was. Uffi, jetzt mal an. Ich hab ne Tierrüstung. Kannst du bei mir bleiben? Ich hab kein Schmerz. Ja, ich bin da. Hä? Was soll er's tun? Was soll er's tun? Was ist denn weg? Wir besuchen uns auch. gross, gross! intuitiv. So, Tier, röst und baff. essgeber ich hole mir mein schwert wenn euch das video gefällt wenn euch das video gefällt dann lässt das gerne dort sprachen lernen babbeln dann erst schon wieder dann lasst gerne ein daumen nach oben da da ist ein grüner was der graue ist weg der grüne sonne kommt zu grün diese nur schlechte an den schaffst du mit holz sein geworden der ist alleine alter bei mir legt aber komplett habe ich habe noch keine herzen verloren aber es kann sein dass er mich in den abgrund wird also nein 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 ich bin da und der typ an mich gekillt und ich hatte mir die rüstung heilig es bei mir einfach so leck ich kann gar nichts machen das video sollte ja noch halbwegs flüssig laufen aber es geht einfach wir brauchen ja gut ich war blöcke ja bau rüber hatte ich hole uns in autobücher ach kacke wer jetzt in der mitte ist es dann wohl hier ja grün sichert sich da weil alles kommt jetzt jetzt muss es schnell gehen wohl der rennt glaube ich na der wird gerade Wo bist du? Bei mir hat es gelegt, ich bin erst nachgekommen. Hab beide. Sechs Maragde habe ich einmal. Warum für dich ein Viruswitz? So, grün. Da kommt ein gelber Jonas. So? Nein, ah ne, der ist weg. Ich hätte aber jetzt 23. 23. 23. Ja. Ja komm. Ich hab schon eins. Ich hab schon eins. Ich hab schon eins. Ich nehm' mir mal nen fetten Bogen. Ich nehm' eine, ein, 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 oder? Nee, ich geh'em schweben. Ein, das ist gar nicht, ich geh'em schweben. So. Ja, komm, jetzt müssen wir aber, geh, mach mal. Mach mal lauter, mach mal lauter. Ich bin wohl hier, was sollen die mir, was wollen die mir? Ach, Sprachen lernen, Babbel. Ah, da ist schon wieder. Ja, auch schon drauf. Und wie steht's? Ich bin grad bei Gelb. DvP-Kampf? Was? Äh, am Arsch? Oh, der ist wohl, der hat eine Tierrüstung. Lull, aber ich hab das Tier, werd sie nur einen Stein schweren. Nein! Nein! Junge, wo bist du? Nein, ich bin weg! Ich hör auf zum Spenden. Das Spiel ist so ein Spenden. Ich hab alles! Wer's glaubt? Ich komm! Ich komm ja schon! So, an der Stelle werde ich jetzt das Video und das Let's Play von Shredderbots wenden. Ja, es macht einfach keinen Bock. Ja, wiedersehen. Habt noch einen traumhaften Tag. Wiederschauen. Eine Minute nur. Äh, sie wollen dich schon angreifen. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh, schleich dich mal, du! Ich will keiner! Was willst du? Weg da! Komm, bau ab, bau ab! Jawoll! Hätt' eh nix mehr gebracht, die 30 bis unter mich an! Nein, die eine will flüchten! Nein! Ich hab sie! Nein! Nein, ich bin runtergefallen! Schon wieder so billig! Wie? Sie ist gelieft, oder wie? Nein! Die eine ist die, die du nicht gelieft hast! Ich hab sie aufgelenkt! Null! VLPs am Podest! So muss das sein! Ja, wir gehen jetzt in den Hub! So! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Und wenn ihr mir und, Dram Let's Play bzw. Tanzbets 2000 beim Gewinnen zugeschaut habt, habt ihr jetzt alle noch einen Traumhafen-Teig und dreht in meinem Xbox Social Club bei. Ähm... ja... Bleibt gesund in Zeiten von Corona und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge. Wahrscheinlich dann bei Tanzbets 2000. Tschüss! Tschüss! 3, 2, 1